Hallo, wir sind hier an einer Trupps Laser Cell 1005 im Baujahr 2001. Die Dormann fährt noch zu gerade hoch. Wir schauen noch, ob wir die Maschine neue Super-Lessikale einbauen können. Wir schauen noch, ob wir die Maschine einbauen können. Wir schauen noch, ob wir die Maschine einbauen können. Wir schauen noch, ob wir die Maschine einbauen können. Wir schauen noch, ob wir die Maschine einbauen können. Wir schauen noch, ob wir die Maschine einbauen können. Untertitelung des ZDF, 2020